Wie wirkt sich das Wohlbefinden einer Patientin bei einem Wangenaufbau aus? Das ist heute das Thema und hier sehen wir einmal eine schöne Studie, denn Patienten und Patientinnen sind nach einer Softbehandlung glücklicher und selbstbewusstler. So, die Behandlung hat hier schon angefangen durch den Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie, wie man hier schön sehen kann. Hier wird das Präparat Hyaluronsäure verwendet, natürlich nur vom Marktführer, Galderma Restylane. Und hier sehen wir natürlich, es blutet etwas, aber in dem Präparat selber ist ein Betäubungsmittel drin, um die Schmerzen natürlich so gering wie möglich zu halten. Und ja, die Patientinnen sehen wir nach 10 Tagen zu einer Nachuntersuchung wieder und schauen natürlich, ob diese auch zufrieden sind. Dafür sind wir ja auch da, deswegen bieten wir die Zufriedenheitsgarantie an. Und ja, sie lächelt und damit können wir uns auch glücklich verabschieden.